Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Endrawl. Wir eröffnen das Geschenk hier und suchen für Gardenia eine neue Bratpfanne. Ist hier was? Ein Kamin. Sieht aus, als wäre es schon lange nicht mehr benutzt worden. Da steht Kill an der Wand. Ich sehe das doch. Oh, der erste Kampf, Leute. Wir haben hier Geschenke, ein unverschickter Brief. Und wir greifen einfach mal an. Hat die irgendwelche Skills? Hat sie sogar. Aha. Ach cool, das machen wir mal. Okay, die halten ganz schön viel aus, ne? Ja. Ich denke nicht, dass Mom oder Dad sich überhaupt irgendwie für meinen Geburtstag gefreut haben. Es war ein trauriger Geburtstag. Boah, halten die viel aus. Oh, die sterben ja gleich. Russell ist fast tot. Das ist nicht so gut. Russell ist tot. Die Monster sind verschwunden. 30 Erfahrungen bekommen. Wir steppen also zurück. Hier in diesen Raum. Und heilen uns einfach mal. Okay, das lief nicht so gut. Aber das macht nichts. Das macht absolut nichts. Ich bin ja noch im Üben. So, was ist hier? Wer bist du denn? Ey. Raymond. Einfach nur mein Glück, hä? In so einen seltsamen Traum transportiert zu werden. Oh, du bist der Träumer? Du hast aber einen Traum hier, ne? Bist du eigentlich richtig im Kopf, so? Oh, nun, ich bin ein Dreamcent Trader. Okay. Ein Superball. Kann man alle Gegner attackieren? Acht Walnüsse? Nee. Oh, komm schon. Wenn ich den nicht verkaufe, wird mein Boss mich wieder anschnauzen. Sechs? Ich glaube, ich habe keine Sechs. Tja, du bist noch dickköpfiger, als du aussiehst. Okay. Vielleicht kaufen wir ihn ja doch. Haben wir sechs Walnüsse? Ah, super, danke. Bla, 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 bla. Ein Superball bekommen. Okay. Da war ein bisschen Blut drin, ne? Einmal ganz kurz speichern. Zack. Bevor ich einfach so straight nach oben gehe. Ich benötige traurige Gefühle. Traurige Gefühle. Ach da. Das ist alles ein bisschen sehr seltsam. Gut. Dann. Machen wir jetzt einfach mal, dass wir jetzt hier ein bisschen besser aufrollen. Und ein bisschen leveln vielleicht. Ich glaube, das wäre gar nicht mal so verkehrt. Also, das hat man ja schon. So, das erste ist jetzt tot. So, machen wir mal das zweite. Oh, sehr schön. Ein kritischer Hit. Aber ich muss die gleich schon wieder alle heilen. Das gibt's doch nicht. Oh. So, Russell ist level 3. Gardenia level 3. Wie viel habe ich davon hier? Wie viel kann ich heilen? Gar nicht mal so viel. Aber ich muss ihn heilen. Was war das für ein Geräusch? Hast du das gehört, Russell? Oh. Kann es sein, dass da eine runde, tolle Radpfanne in dem Ort hier ist? Ich fühle mich nicht wohl. Zwei Geschenke. Machen wir das noch nicht. Das können wir machen. Dann machen wir das hier. Sehr schön. Ich habe Gardenia mal alle geheilt. So. Ist aber gleich gefühlt wieder tot. Es war ein trauriger Geburtstag. Die Geschenke waren ganz alleine. Boom. Zack. Klatsch. So. 20 Erfahrungen. 6 Walnüsse. Hier sehe ich doch eine Tür. Die Wand sieht anders gefärbt aus. Sollte ich etwas probieren? Wir knocken mal. Also klopfen. Happy Birthday, Russell. Die aufkommende Traurigkeit liegt hinter den nicht öffnen oder halt nicht öffnenbaren Türen. Was für ein tolles Deutsch. Aber pass auf. Da ist eine Menge von... Eine Menge Creme in der Box. Und es will dir wehtun. Also. Gib ihr Traurigkeit. Sodass du deinen eigenen Verstand besser verstehen kannst. Russell hat Sadness gelernt. Also Traurigkeit. Ist das? Okay. Das senkt... Ähm... Gegnerische Angriff. Okay. Das ist ja lustig. Okay. Ein Homeward. Routine. Und ein nicht geschickter Brief. Sadness. Ich würde das mal einsetzen. Einfach mal so. Zack. Boom, boom, boom. Okay. Hat doch jetzt nicht viel gebracht. Es war ein trauriger Geburtstag. Es kam nicht ein Brief. Von irgendwen. Die Monster sind weg. Da war es der Level 4. Ice Bullet gelernt. Cool. Was kostet denn Ice Bullet? 6. Ist sogar billiger als das hier. Cool. Und wenn wir schon hier in der Nähe sind. Gehen wir einmal hier zum... Ähm... Zum Raum da. Und machen wir uns mal wieder kurz voll. Zack, 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 zack. Ja, das hatten wir gerade. So. Wann kriegen die wieder ein Level? Gleich. Zack. Zack. Dann würde ich sagen, halten wir uns auch mal ganz kurz. Machen da noch kurz ein Level für Russell und Cardenia. Und gehen dann weiter. Dass wir hier einfach mal kurz rumlaufen. Da 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 da. Oder? Oh ne, das schaffen wir schon so. Da bin ich mir sehr sicher. Da 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 da. auch wenn der damage und so ein bisschen besser sein könnte so die monster sind verschwunden habe ich vielleicht noch irgendwie was zum ich habe doch hier noch nichts okay wir müssen nach rechts dann gehen wir dieser tür hier einfach mal zuerst was wir uns jetzt hierdurch feind ich mal an das brauchen wir noch nicht und greift auch gar den jahren wir machen dass sie weil wir so viele gegner haben ja muss ich gleich mal heilen oder sie halt einfach mal alle unterwasser schießt noch mal bild das haben wir sehr schön da ist er ausgewichen die monster sind weg 30 erfahrung rasse level 4 gardenia level 4 piping hot veggies gelernt das ist was okay traurige gefühle use sadness die tür ist offen ich bin aufgeregt das war speichern so eine geschenke box traurigkeit benutzen der deckel ging auf und etwas kommt und greift uns an einen geburtstagskuchen was ist das ein geburtstagskuchen ja ist das so seltsam das machen wir mal nicht der ist nicht stark der macht ja ganz schön viel damage Ui, ui, ui. So, was haben wir hier? Dann setzen wir mal das hier ein. Gardenia heilt mal. Und Tabasa feuert nochmal wild. Der Kuchen sagt, Gardenia, ich gebe dir eine Menge von Freude. Mein Engel, Papa, lieb dich. Oh, Gardenia, wenn du doch nur Flügel hättest. Wenn du doch nur Flügel gehabt hättest. Du würdest in der Luft fliegen und zu mir fliegen. Ha, Gardenia, ich gebe dir eine Menge Freude. Mein Engel, Papa, lieb dich. Ach, Gardenias Leben wurden regeneriert. Das wäre cool. Ist das die? Ach, gut, der ist weg. Sehr schön. Dann kann Gardenia das hier angreifen oder müsste der auch weg sein? Sehr schön. Dann ist es nur noch dieser Kuchen. Und wir gucken uns... Ne, können wir gar nicht. Tabasa hat gar nicht mehr genug Leben. Ähm, nicht Leben, sondern hier diese Skillpunkte. Machen wir das mal. Können wir aber nicht machen, glaube ich. Doch, konnten wir. Cool. Ich wurde zur Geburtstagsparty einer Klassenkameradin oder eines Klassenkamerades eingeladen. Es war jetzt nicht so, als wären wir freundlich. Also, es war jetzt nicht aufgrund von Freundlichkeit, weil wir Freunde waren, sondern es wurde einfach die ganze Klasse eingeladen. Zur Party nicht nur ich. Ihre Familie war reich. Und ihr Dad hat viele, viele unglaubliche Gerichte für sie hergestellt. Auch den Geburtstagskuchen hat er selbst gemacht. Ich kann das nicht nicht gut lesen. Ich glaube, das ist eine 3. Also, wir greifen einfach mal an. Da den ja heilt nochmal alle. Zack. Boom. Wir könnten aber jetzt nochmal vielleicht nochmal Sadness einsetzen. Und wir greifen einfach an. Weakspot getroffen. Sehr schön. Wenn er nur 4 Damage macht, dann ist das ja kein Thema. So. Plötzlich erinnere ich mich an etwas. Ich erinnerte mich daran, dass auch heute mein Geburtstag war. Natürlich wusste das niemand. Also hat mich auch niemand gefeiert. Während der Party sah ich, dass gesegnete Mädchen alleine auf einer Treppenvorstufe oder so. Ich kam von hinten. Konnte dieser gesegnete Engel fliegen. Russell, geht's ihr gut? Es geht jetzt nicht, um über irgendwas nachzudenken. Wir sind fast da. Los geht's. Noch einen Weakspot getroffen. Sehr gut. Das müssten wir aber schaffen, ohne uns jetzt nochmal heilen zu müssen, denke ich. schon wieder Poltergeist. Ich soll das mal lassen. Gardenia, ich gebe dir eine Menge Freude. Mein Engel, Papa, lieb dich. Gut, ich hoffe, der macht jetzt nicht nochmal so einen Poltergeist. Ah, okay. Die Motze sind verschwunden. 80 Erfahrungen, 24 Walnüsse und so weiter. Huff. Huff. Was war das? Russell, geht's ihr gut? Ich mag Kuchen, aber nicht so einen großen. Wie viele würden davon satt werden? Was denkst du? Hey, in dieser Box. Eine runde Bratpfanne. Wow, eine runde, super tolle Bratpfanne. Ja, ja, das ist genau das, was ich wollte. So. Russell, vielen Dank, dass du mir geholfen hast, danach zu suchen. Sehr schön, sehr schön. Lass uns zurückgehen. Ich mache uns etwas damit. Aber jetzt ist das hier verwelkt, ne? Verrottete Rosen. Verrottete Creme. Ich hoffe, wir bekommen jetzt nicht nochmal Gegner. Das wäre nicht so cool. Aber wir speichern erstmal. Auf der 4. Aber scheinbar kommt hier nichts mehr. Also, zack. Dann steppen wir mal hier aus. Können wir hier irgendwas Neues kaufen? Das wäre ganz cool. Und hier können wir auch nicht weiter, oder? Ne, hier sind auch immer diese Katzen. Ja, die lassen uns auch immer noch nicht durch. Schade. Tschüss. Und hier können wir nicht weiter. Und hier war nur das Ding da. Okay. Was ist mit dir hier? Wir sind in Karnas. Ja, das kennen wir schon. Das kennen wir schon, ja. Zack. Einmal hier vorbei. Dann gehen wir halt zurück. So, da sind wir auch schon. Und jetzt sollen wir zu Gardena. Aber wir gehen erstmal noch hier her. Und ja, Tabasa ist jetzt nicht mehr bei uns im Team. Das wurde ja irgendwann mal gesagt. Ähm. Ich möchte eigentlich nur wissen, ob wir hier unsere ID-Karte bekommen. Was er da sagt, ist mir jetzt eigentlich nicht so wichtig. Nur, dass wir halt weit weg waren und er sich das nicht trauen würde. und blablabla. Wer warst du? Mireille. Ja, gesunde Karotten zum Abendessen. Brauchst du etwas vom Feld? Ähm. Ja, die sind sehr gesund und alles. Sehe ich auch so. Puh. Ich bin zu Hause. Mal wieder. Danke dir für heute, Russell. Ich habe etwas Wundervolles dank dir gefunden. Und als Dankeschön möchte ich dich heute zum Essen einladen. Und ich mache das beste Gerät, was ich machen kann. Okay. Ihr Vater. Mein Dad. Dad. Äh. Warte mal einen Moment. Ich mache das nur schnell fertig. Gardena hat die Party verlassen. Ich kann das Menü nicht aufmachen. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, Liebe. Huuua. Es tut weh. Es tut weh. Es ist mein Geburtstag. Gib ihn mir wieder. Gib ihn mir wieder. Gib ihn mir wieder. Gib ihn mir wieder. Gib ihn mir. Gib ihn mir. Gib ihn mir. Warum hast du sowas getan? Dad weint. Jeder ist beunruhigt. Ich kann nicht mehr stehen. Ich kann nicht mehr atmen. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe Liebe. Russell? Puh, Russell, geht's dir gut? Bist du müde oder so? Ähm, sorry, vielleicht hab ich dich zu sehr beansprucht. Äh, 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 ja, ich hab das hier grad fertig. Fühlst du dich jetzt nach Essen? Verstehe, nein, ist schon in Ordnung. Du kannst es mir nach Hause mitnehmen. Ich packe es dir ein, okay? Okay, und jetzt? Bist du, ähm, wütend? Wo ist dein Dad? Hä, äh, ja. Dad ist, ähm, auf Geschäftsreise. Was ist denn damit? Mein Dad ist ein Weltklasse-Drei-Sterne-Koch. Wirklich berühmt und so. Und deswegen ist er immer beschäftigt. Und ich kann ihn nie sehen, außer meinem Geburtstag. Aber wir sind auch nicht böse. Einfach um das mal zu sagen. Okay, danke dir, Russell, du bist echt nett. Oh ja, ähm... Related to Dad? Ist es in Ordnung, wenn ich einen Brief zu Dad über dich schreibe, Russell? Darüber, wie ich einen neuen Freund gefunden habe? Ich bin mir sicher, er würde das lieben. Okay. Do it. So. Dann... Gehen wir auch, glaube ich, hier wieder rein. Gleich. Oder können wir hier noch irgendwie... Was ist das denn hier? Achso, der Informant. Der Informant, der Informaschuen betreibt. Nett und sozial. Aber auch mit einer anderen Seite. Und dann ist da noch dieses gespiegelte Image von Russell. Und Farrier, angestellter DreamSend Guidance Incorporation, kann sich frei in der Traumwelt umher teleportieren. Und sie ist aufmunternd und unschuldig. Aber mach sie ja nicht wütend. Okay. Ist hier Gardenia gewesen? Ja. Ich dachte, da hätte sich vielleicht was verändert, aber... Leider nicht. Und hier ist auch nichts Neues. Ich weiß nicht, sollen wir da jetzt reingehen? Sonst gibt es, glaube ich, nicht so viel. Wir können ja noch mal zum Informanten gehen. Ob der... Was machst du denn jetzt hier? Hey Russell, wie war es auf dem Markt? Etwas Nettes gekauft? Es gibt keinen Sinn in Walnüssen, wenn du sie nicht ausgibst. Also wenn dir etwas gefällt, dann... Kauf es. Und wenn wir eine Villa kaufen wollen, eines Tages, dann sollte Sparen vielleicht doch wichtig sein. Aber nicht zu viel. Der Shop ist heute zu. Ja gut, sonst wüsste ich auch nicht, was wir sonst noch machen sollen. Hier könnten wir jetzt hier, ist das Geschenk. Sehr schön. Sprechen wir mal an die Terria. Hallo Russell. Grüße dich willkommen. Äh, ja okay. Tschüss. So. Dann speichern wir und gehen hier einfach rein. So, das ist wieder die Gänsehaut, die unser Rücken entlangläuft. Soll ich hineingehen? Ja. Und hier ist jetzt ein weiterer Brief. Ähm, ein Stückchen Papier, mit dem wir der Zeichnung einer Bratpfanne lesen. Lesen. Ich war eingeladen zu einer Klassenkameradin, der... Ich fang nochmal neu an. Ich war auf die Geburtstagsparty einer Klassenkameradin eingeladen. Es war nicht so, dass es war, weil wir Freunde waren. Es war eher deswegen, weil die gesamte Klasse eingeladen wurde. Nicht nur ich. Ihre Familie war wirklich reich. Und ihr Dad hat ganz viele, viele unglaubliche Gerichte für sie hergestellt. Selbst den Geburtstagskuchen hat er hergestellt. Und plötzlich erinnerte, erinnerte ich mich an etwas. Ich erinnerte mich daran, dass heute auch mein Geburtstag war. Aber natürlich wusste das niemand. Also hat mich auch niemand gefeiert. Und während der Party sah ich das gesegnete Mädchen alleine auf der Vorstufe einer Treppe. Ich habe sie von hinten geschupft. Äh, geschubst. Geschupft. Ähm, konnte dieser gesegnete Engel fliegen. Ich habe sie mutwillig in den Rücken geschubst. Und ihr Körper ist die Treppen hinuntergestürzt. Und sie lag da dann zermatscht wie ein Kuchen. Also wahrscheinlich ja so, ja, etwas verkrüppelt. Sagen wir es einfach mal so. So, Happy Birthday zu mir. Okay. Happy Birthday, lieber Russell. Wünsch mir alles Gute. Wünsch mir alles Gute. Achso, ich konnte mich bewegen. Achso, zieh das jetzt. Nebenab, nö. Ja. Hör. Ausweichen. Hör. So, was mache ich denn hier? Happy Birthday, liebe... Liebe Gardenia. Yay. Happy Birthday, liebe Gardenia. Yay. Sonst noch was? Irgendwie nicht, oder? Und hier her? Da ist zu. Hier ist auch zu. Ich kann nicht durch die Luft fliegen. Ich fahre die Treppen runter. Happy Birthday, Happy Birthday. Happy Birthday. Guten Morgen, du verrückter Typ. Wie war Tag 2 deines fröhlichen Traumes? Nun... Ich muss dir heute mitteilen, wie du im Experiment weiterkommst. Also hör gut zu. Der Content des fröhlichen Traumes wird sehr variieren. Je nachdem, wie dein mentaler Status ist. Speziell gesagt, dein Level für Schuld. Und je mehr du deinen fröhlichen Traum kennenlernst, desto mehr wirst du diese Welt lieben. Und desto höher wird deine Schuld steigen. Aus diesem Grund muss deine eigene Neugier geregelt werden. Und sämtliche Orte und verschiedene Leute zu treffen und so weiter. Ganz viele Dinge zu erfahren. Das sind die Schlüssel, um dieses Experiment zu verstehen. Das ist alles für jetzt. Also, ein fröhlichen Traum. Wir injizieren unsere Medizin. Sehr schön. So, die heutige Dosis injiziert. Und wir gehen raus. Was ist dann? Unser Briefkasten ist kaputt. Und was uns dann in der nächsten Folge erwartet, das werden wir dann tatsächlich in der nächsten Folge sehen. Ich hab's grad sehr gemerkt. Das war genius. So, auf jeden Fall viel Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao.